ja dann muss ich da jetzt rüber oder reinspringen ich hüpfe mal rüber ich trau mich noch nicht so rein wir sind wieder am anfang angelangt wohin musst du jetzt musst du da rein jetzt was geht es bei dem spiel überhaupt gute frage ich habe gerade vorhin im stream noch erwähnt dass ich die story eigentlich nicht nacherzählen könnte wenn ich wollte aber kurz und knapp geht es eigentlich um wissenschaftliche institutionen die irgendwelche alien experimente gemacht haben und damit haben sie im portal zu dieser welt geöffnet und jetzt ist die erde halt irgendwie unter einer alien attacke und wir müssen das aufhalten und dann kommen halt noch soldaten die meinen hey die werden alle zu zombies durch solche kopfkrabben und die müssen wir jetzt aufhalten und klar die haben uns alle getötet das sag mal warum kann ich das da nicht anstecken ich meine ich glaube ich muss jetzt einfach mal den zweiten knopf drücken und irgendwann den dritten aber jedenfalls ist es eben eigentlich half life 1 von half life 2 sollte glaube ich jeder zumindest gehört haben wobei das natürlich dann nicht kein garant dafür ist dass man auch weiß um was es dabei geht nur weil man den namen kennt aber ja was passiert mir jetzt muss ich noch irgendwas machen oder einfach nur zugucken jetzt der ton wird immer noch höher oder ach so ok nächste tür ist offen muss ich muss ich jetzt rein hüpfen weil das sieht schon so ziemlich hey hüpfen mich rein mäßig aus probier's jetzt mal ok ja anscheinend war das richtig oder bin ich gerade gestorben ich jetzt gestorben oder war das richtig wir fahren es nach dem lade screen nein ein so anscheinend war es richtig weil es uns wieder ist nicht mehr so lang laden ok shit wo bin ich denn jetzt das sieht so minecraft mäßig aus die ganzen blöcke scheiße ich bin in der minecraft welt gelandet nur hat keine pixel grafik sondern gute grafik fuck ich bin in der mine shaft oder irland irland das minecraft land so ich warte jetzt eigentlich drauf dass gleich der nächste kapitel titel da steht oder nicht oder doch oder nicht oder doch oder nicht oder doch oder nicht ist das noch nicht das nächste kapitel dann muss ich weiter spielen vielleicht etwas rot und ich kann es nicht aufsammeln weil alles voll ist aber ich meine es ist so ziemlich das ende des spiels ich meine wenn da die munition nicht voll wäre dann wäre das schon traurig gut dass ich schon wieder draußen bin aus dem mein chef was passiert aber tap quickly by holding back key ok für was brauche ich das jetzt ich habe angst dass ich das gleich brauche ich habe gerade das gefühl dass ich eigentlich irgendwo hingucken müsste und gerade irgendwas verpasse oh hallo ok ne du bist aktiv oh shit das haben sie mir rein teleportiert aber ich bin voll mit allem hat das auch schon energie nee ok das sind alles fahrräte oh oh shit no 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 danke wo führt das kabel hin bittes dahin fuck da ist aber noch ein kabel was nicht aktiviert ah das habe ich gar nicht aktiviert oder bringt das irgendwas das bringt auch nur vorräte sind das für teil eigentlich vergessen was das für teile sind glaube das sind ne solche monation kann nicht sein sonst hätte ich die aufsammeln können aber egal die energie funktioniert was ist das achso das ist nur mein long jump der sich auffällt kann ich da irgendwie durch sie zu hause als würde das aufgeben kann man das mit einer granate regeln ich glaube zwar nicht dass das funktioniert aber ich wollte es probieren ich meine ich glaube ja dass ich da irgendwie einen strom einschalten muss weil da überall die kabel verteilt liegen aber wo ist all der strom warte mal geht das von alles von da weg irgendwie da ist ein kabel hin da ist ein kabel hin und von hinten geht auch ein kabel hin aber die sind alles schon ein suchen wir einfach ob wir noch ein kabel finden was noch nicht ein ist und den gehen wir nach da muss ich da irgendwie darauf sind das eigentlich für kugeln passiert nichts und daran so schießen kann es aber nicht oh gott überraschung sei ich bin da mal weg ok notemanga danke fürs folgen und abonnieren und bis zum nächsten Mal achso kritzelt schon geht auch ok dann viel spaß bei jojo ich spiele ihn nur noch das kapitel fertig weil ich streame schon wieder fast zwei stunden so ach frage ist nur wo es jetzt tatsächlich weiter geht geht da noch ein kabel irgendwo weg irgendwie denke ich ja wirklich das eigentlich hier da weiter gehen müsste jetzt einfach mal nochmal den kabel kabel nach das kann ja nicht sein und wenn das nichts bringt dann gehe ich einfach mal nach links achso gott ich konnte das einfach noch nicht aktivieren oh shit oh shit oh shit ist nicht einmal ein messer gehabt ne nur eine prober oh no was zum teufel bist du muss ich dir jetzt echt die eier weg schießen oh fuck achso dafür brauche ich jetzt den jump oh fuck was zum teufel ok ich krieg alter ich hasse spucker warum musst du spucken und was zum teufel sind das alter wo ist meine rakete abgeblieben fuck jetzt weiß ich warum das so viel rein teleportiert worden ist oh das hat gesessen yes oh yes auf zum spucken oh fuck no oh ok das war's shit das Viech ist ja irgendwie echt krank jetzt oh ich muss das sogar nicht mal von vorne machen ok ich glaube es ist sogar gedacht dass ich das mit Raketen dann fertig mache wenn ich da so viele Raketen bekomme irgendwie wäre vielleicht cool wenn ich da was zum heilen auch hätte kann ich mich da heilen eigentlich tatsächlich oh ok das ist mein safe haven hier moment kann ich nicht da meine zielerfassung war aus oh shit ok ich darf auch nicht er ist so süß mit seinen eiern ja total süß ok ich darf auf jeden fall nicht zu lange da bleiben weil anscheinend explodiert das nach einer oh mein gott er rammt mich schon wieder weg einfach ok ich gehe da jetzt einfach schnell rüber heil mich schnell und bevor er mich tötet hätte ich lieber wieder zurück fragezeichen ach wo ist er hin wo ist er hin shit er hat schon wieder lauter headcrabs gespuckt oh gott no alter lass mich landen oh gott ich weiß gar nicht tut ihm das weh oh er ist abgehauen oder er haut ab ok warte ich gehe mich schnell heilen das war einer zu viel in die eier so oh fuck ornark's lair ok das ist ein neues kapitel und anscheinend heißt das teil go nark schauen ob das wirklich da ja ok ich glaube zwei stunden streamen reicht eh außerdem ist schon wieder viertel nach elf und ich bin ja heute schon ziemlich ausgepowert deswegen sage ich mal ich gehe noch einen meter ok ich schaue nur das ist ein sehr langer meter ich weiß ok da brechen wir runter oder ist das jetzt nur noch der boss kampf weil es sind eigentlich noch zwei oder drei kapitel weil sonst wenn es das letzte kapitel wäre würde ich weiterspielen aber weil das sieht jetzt aus wie eine riesige arena in die ich da gerade falle ok anscheinend hat es anscheinend musste es das ganze drumherum erst laden ok ja hier mache ich das nächste mal weiter so 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 so